Heute geht es um die Finszene von Wacker Innsbruck. Vielen Dank nochmal an alle die bei unserer YouTube-Umfrage mit abgestimmt haben. Bevor es losgeht, noch die wichtigsten Daten der Tiroler. Auch wenn es viele verschiedene Angaben gibt, wurde der Verein offiziell im Jahre 1913 gegründet. Bis 1966 war der Verein in diversen Tiroler Ligen unterwegs, dann gelang dem FCW, als erster Tiroler Verein, der Aufstieg in die Staatsliga. Vier Jahre später konnte Wacker den Cupsieg erobern und schlug daraufhin im Cup der Cupsieger Real Madrid auswärts. In der darauf folgenden Saison konnte man das erste Mal die Meisterschaft gewinnen. Insgesamt kann der Klub auf zehn gewonnene Meisterschaften sowie sieben Cup-Titel zurückblicken. Die Heimat der Schwarz-Grünen ist das Tivoli-Stadion, das achte größte Fußballstadion Österreichs. Die Finszene der Innsbrucker ist als Tivoli Nord bekannt und hat eine sehr lange Geschichte. Alles begann in den frühen 90ern, als die Ultraszene in Italien bereits ihren Höhepunkt erreicht hatte, entstand in Innsbruck auch die erste ultraorientierte Gruppe. Im Laufe der Jahre kamen mehr und mehr Gruppierungen dazu und man fing an Feenartikel, Flyer zu verkaufen und die ersten organisierten Auswärtsfahrten wurden durchgeführt. Als die glorreichen Wackerjahre vorbei waren, kam es auch innerhalb der Feenszene zu Streitigkeiten, es musste umstrukturiert werden und zerschien der Mythos immer weiter den Bach runter zu rutschen. Daraufhin entschieden sich die Wacker-Fans, neue Strategien anzuwenden, um den Mythos Tivoli Nord am Leben zu halten. Dies gelang bekanntlich sehr gut und als es dann sportlich auch noch aufwärts ging, konnte der Tivoli Nord an die legendären alten Zeiten anknüpfen. Die wichtigsten Bestandteile der Nord waren die erste Furiose 2000, die sich nach einem Zaun FAH im Verlust auflösen mussten und die verrückten Köpfe 1991, die sich Anfang 2023 auflösten. Die wichtigsten aktiven Gruppen sind Unterland 1993 und Wackerunser 2010. Die Szene pflegt Freundschaften zu Eintracht Frankfurt, Atalanta Bergamo und der Nana Calcio aus Italien. Austria Salzburg ist mit Abstand der größte Feind der Schwarz-Grünen. Diese Feindschaft entstand bereits in den 90ern. Zusätzlich ist die Kurve mit den beiden Wiener und Grazer Großclubs, sowie mit den Vorarlberger Clubs verfeindet. Wenn ihr mehr über die verrückten Köpfe erfahren wollt, dann schaut euch gerne unser letztes Video an. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und wir hoffen, dass wir euch zu Tivoli Nord Experten machen konnten. Wenn ihr mehr über österreichische Szenen erfahren wollt, abonnierst doch gerne den Kanal. Danke.